Ab alle Kosten wissen, werst du, dass deine Firma wissen soll, einen gerateren Unterscheid machen, meine Arbeitsstätten machen, einen Namen für dich selbst machen, meine Verdeinstung zu bekommen, deinen Rektum zu vermitteln, vielleicht sogar unter die christliche Flagge und meine Geld in Gottes Rekten zu stärken? Dann kann das leicht verkommen, dass du gerateren Schritt möchtest, als was Gott für dich geplant hat, wer in unserer Gesellschaft, weil wir wissen, in meiner Rektum haben, ein Däunt, was dort kostet. Das passt mit dem Tietgeist von uns ökonomisches System taub. Kriegt das Verlangen, für die wir wissen, in meiner Verdeinstleut uns durchlaufen, dort wies Glauben zu geliedet Geld worden. Einst einmal ist dort nicht uns Verlangen, um zu wissen, ob er unsere große Not wird uns entschuldigt, so aus der Geschichten von der Weltfrühers wird wir uns eierlosen. Wir fingen uns selbst im Trouble, und wir denken, dass wir dort mit noch einmal bloß für eine Karte die Geld leihen bedanken wollten, was wir selbst wieder auf die Beine sind. Aber wir kommen keinmal auf unsere Beine. Aber die, die da wellen Rekt waren, faulen und Versäglichen, und loten sich von uns an der Lasten schlägen, die den Menschen in dort verdorfen, in an der Verdammnis rieten. 1. Timotheus saß fast nie. Wenn der Seil krank ist in Weidät, und wir dort nicht erfahren haben, dort Gott uns ganz versorgt, haben wir einen schwachen Drift, der die Arbeit in uns Riechttum zu verschaffen, in das Wort uns tuner Leiden, nicht jättliche Entscheidungen zu machen. In diesem Kontext kann ich Stephen K. De Silva, sein Buch, Money and the Prosperous Soul, ihr was sagt, Geld in der erfolgreiche Seil, stark verschlägen. Heute geht davon aus, dass wir uns sicher machen möchten, dass unser Seil gesund ist, um erfolgreiche Geschäftsmänner zu sein. Eine gute Seil mit einem gesundes Verhältnis mit Gott erfordert weniger Stress. Sieht nicht hungrig nur Geld, sieht zufrieden mit was die haben. Gott hat gesagt, ich wurde nicht verloten, die nicht am Stichloten. Hebräer 3.5. Stress kommt für mich dann, wenn ich mich mit meiner Freundin vergleicht, was noch mehr erfolgt haben als ich. Das verursacht für mich so viel Druck, dass ich mich nicht klugzehn im Zweifel stehe. Ich bin einfach dummer als sei. Sie sind klüge und alle begauft. Vielleicht denkst du, Victor, du sollst nicht klugen, wenn du alles in Betrag nehmst, was Gott die gegebt hat. Aber, solange ich mich mit anderen vergleicht, kann ich das, was ich all habe, nicht genieten. Ich weiß, dass es euer Anklug ist. Sieht nicht hungrig nur Geld, sieht zufrieden mit was die haben. Hebräer 3.5. Ich möchte zufrieden sein mit dem, was Gott mich gegebt hat. An einem Tag spricht Gott an meine Gedanken. Victor, was, wenn ich deinen Freund Tientalente gegebt habe, und einen anderen Freund fief, und die bloß zwei. Sieht also zufrieden, mag Feuer von den zwei, und dann mag acht von den Feuer. Ob er sie zufrieden mit dort, was ich die gegebt habe. Dann wird meine Säule wieder ruhig. Und wenn wir Kleider an Eten haben, damit soll wir zufried sein. Während der Läufe dort gelten, jagt uns die Läufe in die Hänge. Als die Schafsmänner sind wir vorgekündigte Terche gewonnen, die nur froh für uns Produkte als Geld. Und dann ist uns das so, dass wir Gratabüren in mehr Raum verschaffen sollen, um neue Produkte herzustellen zu können, oder bloß einfach mehr in neue Produkte investieren. Alles wird uns fehlt als Möglichkeit für mehr Produktion. Und um das zu tun, fehlt uns das bloß ein bisschen Geld. Das bleibt mir sehr bekannt. Eine Kunde wird fehlgebakt und verkauft, weil sie einen Kontrakt machen für eine Gewässermut von Sesamsoot, wobei ich nicht genug Geld habe, um die Produkte zu kaufen und zu verkaufen. Gott, wirst du mir das geben? Einmal sagt er, ja, und andere Mal, nee. Einmal kann ich mich beim Träckchen freuen, dass er mich das nicht gegebt hat, weil er nur dem jägenwärtigen Preis ein Verlust gebracht haben wird. Einmal lehnt Gott dort auf, uns zu geben, bloß um uns zu beschützen. Das ist allgemein nicht negativ. Das kann für unsere Sicherheit sein. Wir haben alle ein Wohl. Bringen wir unsere Besorgnisse und Bedürfnisse an Gott, uns Versorger, was alle Geld und selber erholt, dort haben uns die neue Finanzen gehaftet, um zu wissen, oder gehen wir nur Mammon, um uns von allem zu finanzieren zu lassen, wenn wir auf alle Kosten Erfolg haben wollten. Menschen, die schwindelig geworden werden, ranen und Versägerungen nähern und verlieren sich an soviel Ansehnungen und schädlichen Verlangen, wobei sie schließlich in ihr Verdommen und verdorfen fallen. Aber die, die da wollen wir, waren Fäulen und Versägerungen, entluten sich von Ansehnungen letzten schlägen, die den Menschen an dort verdorfen und an die Verdommnisse rieten. Jetzt, als eine Wartel, wo die alle Hand bei sich kämpft, einige haben sich dort gelästen, geloten und sind durch, der ich vom Glauben aufgerehrt, und haben sich selbst durch, der ich vielweil durch Teue sah. Erst der Timotheus saß vor Schnee und Tieren. Erst das, was wir wirklich wählen, wo gerade meine Firma sein muss, mein Haus, meine Länderien, mein Auto. Dort, dass Peter von einer wenighaften Gottes fächtig ist, und von einer fehlhaften Unterfriede ist, sprich er, Fäftien, Versaßtien. Das ist nicht bloß ein guter Spruch, das Gott sein wird. Und in diesem Kontext ist hier noch eine Lektion in Gott seine Schule. Als wir von Paraguay und Deutschland getrocknen wären, und wir ganz von ihnen anfangen mussten, liet mein Bruder uns ein Ola, Volkswagen Passat, was er bloß hat, und nicht gebrockt. Das Auto leid beeindruckend, mit Rast, Bühlen und ausgeplägt der Vorw. Aber dort hat die Sicherheitsuntersuchung bestohlen, und der Sticker beweist dort. Wir wären dankbar, dass wir dort brücken können. Statt ich dort überfahre, und ein junger Geschaffsmann sich an so ein Auto feilt. Ich parkiert immer hinter der Auge, weil ich meine Weidehunde in der Seil schäme, dass ich mit so einem Auto fahren muss. Als ich jung wie heute entschlossen habe, dass ich mich, so schnell dass ich genug Geld hat, eine Schmücke bei einem Weg geben würde, um schließlich einmal zu sein. Sitzst du dir Krankheit an meine Seil? In Paraguay hatte ich einen Mercedes gefahren, nun fuhr ich mit einem Ola, verbüllter Passat. Wird das wirklich neidisch? Gott muss so gedacht haben, wenn es verdäht geht. Artlich ein Monat später raupt mein Bruder an, um zu sagen, ein Freund verkauft ein BMW, Series 3, für mich nuscht, bloß 1300 Euro. Du kaufst wirklich bloß das Laufkeiler-System, und das Auto kriegst du bei. Mein Bruder ist ein Automechaniker, und er hat das Auto ganz untersucht, und ob wir in der Gäude Ordnung an dem Oven beten, wie Herr, darf ich das Auto kaufen? Ich habe sehr selten eine Vision, aber an Jahren im Oven sage ich viele Dinge in meinem Verstand. Gott, das kann ich sein, bloß 1300 Euro. Am nächsten Tag ging meine Unterholung mit Gott wieder, und er sieht mich, du kannst dich kaufen, aber bloß hier in meinen Wellen. Sie ich dort nicht wird, antwortet ich. Viktor, weißt, du handelst nicht mit Sesam, um von einem schmuckert Auto aufzusetzen, in Menschen mit einem feinen Anzug in Eisenbahn zu beeindrucken. Du handelst Sesam, wenn ich die Kunden ihre Taunerung gebe. Ich gebe dir die Kunden, ich gebe dir die Handel. Dort erst, wo du Sesam handelst. Du brauchst ihn selbst, wird nicht mit dein Auto zu mieten. Wir fuhren diesen Passat dann auch dicht im Sommer. An einem schönen Hofsmagen, als die Erde, wann Nacht angefroren wäre, fuhlt ich die Gräb von der Dähe an in der Brücke auf, als ich dort trock. In dem Moment hielt ich Gott sein, Viktor, nur erst dort die, ein besseres Auto zu kämpfen. Wir keckten vor ins Raum nur ein Auto und fangen eine sehr feine BMW Series 5 ein vollkommener Tauschstand. Wir haben den nur für viele Jahre gefahren und haben meist nur schreperen durft, wirklich ein Geschenk von Gott. Diese lektionen wir nicht bloß wie in ein Auto, aber wie in mein Verhältnis zu Gott in den Tauschstand von meiner Seil. Wenn meine Seil krank ist, verlang ich wort, wort mir Wert geafft. Doch das ist eine Krankheit. Geld und materielle Sachen, woran mir keinen Wert geben, die können mein Verlangen nicht befriedigen. Dort ist so aus Alkohol für einen Alkoholiker oder Drogen für einen Sichtchen. Rektum kann auch so sein. Daher ist dort wichtig, dass wir unsere Seilen gut fliegen. Dort geht nicht so sein am Geld, aus dem Verhältnis mit unserem himmlischen Vorder. Von dort vor wie eine Schmache Mercedes. Gott hat immer kein Problem. Gebt ihr einen Rolls-Royce? Gebt ihr einen privaten Airplane? Gott hat immer kein Problem. Ich habe genug, um die Nachmeier aus dort zu gehen. Aber, bringe den Hort nicht an die Dinge. Dort ist bloß ein Blaschen blanks. Wenn das Auto eine Bühne kriegt, sage ich mich selbst, dass das bloß ein Eis ist. Dort rastet Wagen und verlässt ständig den Wert. Die höchste Inversion, was du machen kannst, ist ein Nied für dich gehalten, während er in den ersten zwei Jahren den größten Wert verlässt. Ein sicheres Rezept, um Geld zu verspielen, ist immer Nied für dich gehalten. Wenn das für uns erst klar ist, dass wir nicht Geld leben, ist das so, als wenn wir aus Ägypten kommen, in das rote Meer, hänge uns zu gehen. Du hast die Briechen verbrennt und die Schäufe verbrennt. Nun wird die Gotteswunder von Versorg und Sehnungen erfahren. Aber solange wir noch Notfalls aus dem Weg haben, oder Tunnels in Strang bringen, nur das alte System von Mammon, und solange unsere Horten noch mit Ägypten verbunden sind, werden diese Wunder Gottes nicht passieren. Wo so soll Gott sich bezeigen, wann wir die Mählichkeit an uns Hort abholen, träg nur Mammon zu gönnen, wann Gott nicht wahrtät. Das hat mit Verhältnissen zu tunen. Gott will mit uns ein unbestredenes Verhältnis haben, wo wir arm allein vertrühren, ganz weit ab die letzte Folien, entweder Mammon oder ich. Mammon ist nicht, das bei sich hält. Mammon ist, wo ich mein Vertrauen absaat. Der Herr mag uns wählen, entweder Mammon oder Gott. Vel Gott, und lebe. und lebe. Und lebe. Und lebe. Und lebe. Und lebe.